Musik Von Strohkäse über Biersenf bis hin zum Hopfensekt. Wer es gern ausgefallen mag, ist auf der Food&Life genau richtig. Über 250 Aussteller aus 14 Ländern stellen ihre handwerklich hergestellten Lebens- und Genussmittel vor. Zentral die regionale Herstellung. Ein gutes Beispiel, die Firma Gneidl. Wir haben lauter gute regionale heimische Schmacken mitgebracht. Sushi vom heimischen Fisch und das schmeckt einfach gut. Gut schmeckt auch der neue Bio-Snack von MyChipsBox. Handgemachte Kartoffelchips und luftgetrocknete Gemüsesorten für den individuellen Geschmack. Die Food&Life bietet aber viel mehr. Für Freunde feiner Getränke gibt es eine Menge zu entdecken. Craft Beer vom Münchner Giesinger Bräu oder der beste Gin der Welt. Unser Gin hat eigentlich nur drei Botanicals. Das ist Wacholder, Zitronen, Gras und Melisse. Er ist ein ganz klassischer Gin, der in London zum Besten der Welt gekürt worden ist. Das beliebteste Getränk der Deutschen ist bekanntlich der Kaffee. Zum ersten Mal findet auf der Food&Life die Kaffee-Olympiade die Deutsche Meisterschaft der Barista statt. Die Besten ihres Fachs werden von einer Jury gekürt. Neben dem vielfältigen Produktangebot für den Gaumen kann man sein gastronomisches Wissen erweitern. Bei Honigschlecken findet man zum Beispiel heraus, welcher Honig zu einem passt. Schnuppern, schmecken, verkosten. Die Food&Life lädt Sie auf eine himmlische Genussreise ein. Vielen Dank. Take care. Untertitelung des ZDF, 2020